So muss es sein, Gott will das Herz vor sich alleine haben. Man muss den Herrn von ganzer Seele zu seiner Lust erwähnen und sich nicht mehr erfreuen, als wenn er das Gemüte durch seinen Geist entzünd. Weil wir nun sein Erholt und Güte als denn erst recht versichert sind.